Wenn du das bringst, Alter. Denkst du, das klappt? Es wurde jetzt 2-3 mal ausgedroht. Es hat euch geklappt. Ich muss gerade nachladen. Ich kann wieder zurückgehen. Du kannst wieder raus aus dem Raum. Also hier hat Sophia gepinkt. Äh, die war da gerade. Ja, die schießt zu dir rein. Schön, Juro. Hättest du kassiert. Wie war das? Ich glaube, das war das. Äh, Sophia. Ich glaube, wir einen auch hier gehört haben. Zu haben in die Richtung. Die Rolle gehört uns. Er ist doch auf dem Balkon. Ich weiß hier nicht, wo der Balkon ist. Geradeaus. Ja, das hatte ich gerade gepinkt. Ja, ich habe sie gesehen. Du hast auch drei Smokes da, Bro. Wo ist hier links? Der rechts? Rechts, rechts, rechts. Der hebt sie in Position. Der hebt sie zu mir. Lass mich hier nicht alleine. Ich muss kommen. Läuft links. Läuft rüber hier. Ich glaube, sie geht zu mir nur. Platzier schon mal einen Smok irgendwo. Damit du den später nicht schmerzen musst. Hier. Was? Mach's ruhig. Mach's ruhig. Mach's ruhig. Der ist ja immer noch. Der peaked in der Hocke. Die muss gleich reinkommen. Da habt ihr sie. Miro hat Window. Die kommt Tio, glaube ich. Schönes War. Tio, 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 safe. Jetzt wieder wieder, glaube ich. Der Swope. 5 Sekunden Flap. Pressing Victoria. Haben Schild. Boah, ich habe jemanden in den Kopf geschossen. Ash hat ein Headshot bekommen. Aber komplett. Wie beim Dörnermann einmal komplett. Hibana ist tot. Wir haben zwei Schilder. Ash ist tot. Blitz ist tot. Ne, Blitz. Doch, ja, Blitz. Die haben noch ein Rekrut-Schild. Ja. Das hat er gerade. Niemand Hand ist das oder nicht? Okay, nice. Hat er random. Trains, oder? Trains? Ich weiß nicht, wie wir das brauchen haben. Ne, Trains ist nicht. Dann die alles durch. Auf 4 eliminiert. Mission successful. Gut. Voll lange Runde. Nicht zu danken. Das war Toilettenfenster von dir, Timo. Hm. Der kill. Tag. Sophia Lobby. Hab sie. Schöner. Hab ich. Schöner Call, Bruder. Lol. Wuh. Ich habe Turmite. Das war... One Point? Nicht? Ich glaube ich bin draußen. Loll, warte. Ach, das ist das Hologramm. Lull. Ein Hologramm steht dann bei Schief, Jungs. Ja, auf das habe ich schon geschossen. Achso, im Archive. Wo ist denn der Archive? Achso, da drüben. Hm. Scheiße. Äh. Lull. Verpiss ich. Hab den. Hä, was? Ah, bei Kitchen ist Witschel mega stark ausgeschlagen. Ja, der war... Hast du meine Drohne halt? Hab ihn, hab ihn. Der ist tot. Scheiße, meine Drohne ist weg. Mega honest. Kult und Legion sind lang. Was ist denn lang? Hinten, oder was? Lull. Uuh, der Trucke. Lull. Ich hab vor allem... Post hier den Zug? Der Castle ist immer noch rechts hinter dem Zug. Frost liegt im Bankers und noch... Also die anderen beiden sind im Bankers. Okay. Und der war immer noch hinter dem Zug? Hinter dem Zug da, ja. Ich sehe ihn nicht. Der sitzt da ganz rechts im Winkel, so weit wie es noch geht. Können die mich sehen, wenn ich ihn pushe, die anderen die Bankers sind? Ja. Hab sie. Der letzte müsste Richtung Cranes oder so kommen, lol. Hinten links, hinten links, hinten links, Bruder. Hinten links, Standardpuls. Let's go. Hä, lol. Ist der gewechselt? Let's go. Hab die Bahner vom Fenster weg. Hinten links, starten die Uhr. Sind die unten schon? Die müssen alle unten sein. Ich hab Hibana, die hat die Hedge aufgemacht. Also ich... Kein Safecall, aber... Der Angriff scheint so zu sein, ja. Lea, ne! Äh, oben... Wer ist denn das? Das war Bug. Ich geh runter. Fenster, oder? Ich glaub, Drugs oder so. Drugs schon drin? Ich bin oben an der Hedge. Ah ja, der ist drin. Ja, Drugs, ja, ja. Ich bin an der Hedge. Battle den nicht, da muss er an mir vorbei. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Der ist oben bei mir. Ich komm. Hab den, hab den, hab den. Schön. Hatten die nen Übergang hinten? Haben wir nen Übergang gemacht? An dem Basketball? Ich weiß grad nicht, wo ich rein kann. Wir müssen zusammen, ich weiß es nicht. Sag, wenn du droppst. Loll! Das... Fuck, Anton Links! Scheiße, ja. Nice, let's go! Wenn du das bringst, Alter. Denkst du, das klappt? Ah, es wurde jetzt zwei, dreimal ausgedroht. Ich sag ja. Ich sag ja. Ich sag ja. Der hat's einfach ignoriert. Der hat's einfach ignoriert. So ein Sack, Alter. So ein Sack. Jäger Backstairs. Unten angekommen. Jetzt Barbecue drin. Hab ihn. Kleiner Tod, Jäger Tod. Die haben keine Frost oder so, ne? Wenn ich mich nicht verhört habe, liegt der Barbecue Stairs da in dem Eck drin. In dem Eck hier draußen? Nix. Nix. Der ich mich nicht verhört habe. Genau. Ja. Also... Ja, 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 ja! Ich hab mich nicht verstanden. Du hast noch zwei Nade, ne? Das ist immer noch irgendwo rechts, glaube ich. Das ist nicht ernst, weil das Karaoke. Let's go, you man! Und das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich denke mal, den ein oder anderen wird es interessieren, welchen Rang wir denn bekommen haben. Wir hatten einen relativ guten Start mit sieben Siegen hintereinander. Also die ersten sieben Matches komplett durchgewonnen. Danach hatten wir zwei richtig hässliche Hyping-Gegner. Und dann einmal Leute, die einfach Villa besser konnten. Und damit wurden wir Gold 2 eingestuft. Mittlerweile sind wir aber schon wieder alle so Platin 1, 2, 3 eingestuft. Also wieder auf dem Weg nach oben. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Schreibt eure Ränge mal in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Und... Ciao!